Ich fange jetzt erstmal mit ACTA an. ACTA hatten wir tatsächlich schon auf dem... Das ist mein Gedanke. Ja, voll. Ja, danke. Die sind dort kein Aufliefer, nicht? Ja, ACTA hatten wir schon auf dem letzten, netzpolitischen Abend. Das war eigentlich so ein ganz lustiges Datum. Ich glaube, das war der 16. Januar. Und der 16. Januar war der Vorabend zum Black Friday, war es eigentlich ein Friday, ne, war es wahrscheinlich ein Black Badness Day in den USA, auf jeden Fall zum Anti-SOPA-Aktionstag, der dazu geführt hat, dass wir auf einmal diese ACTA-Debatte hatten. Also ACTA gibt es seit 2006, oder zumindest seit 2006 wird das Ganze verhandelt. Wir verfolgen das schon seit spätestens 2008. Es hat aber nie jemanden interessiert. Also wir saßen da auf dem CCC-Kongress mit dort europäischen Aktivisten zusammen, alle waren ein bisschen deprimiert, dass kein ACTA interessiert, dass das Ganze durchgeht. Dann kam dieser Black Anti-SOPA-Day in den USA. Wikipedia hat sich geschwärzt. Es gab Berichterstattungen in Deutschland. Und auf einmal stellten viele fest, oh, so etwas Ähnliches droht uns ja auch durch ACTA. Und auf einmal hatten wir diese ACTA-Debatte, was ganz lustig ist. Die große Frage ist immer, worum geht es eigentlich bei ACTA? Man hört auch immer ganz viele Juristen, die der Meinung sind, damit verändert sich überhaupt nichts. Das ist nur ein Vertrag. Haben wir schon alles in Deutschland. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sind auch gut vorbereitet in der ganzen Kritik. Zusammen mit Edri, European Digital Rights, wo wir Mitglied sind, haben wir erst vergangene Woche, oder diese Woche, nee, vergangene Woche, dieses zehnseitige Papier rausgebracht und behandeln dort den Artikel 27 des ACTA-Papieres, das sogenannte Internetkapitel, und vor allen Dingen die Frage, was bedeutet das eigentlich, Kooperationsbemühungen im Wirtschaftsleben zu fördern, die darauf gerichtet sind, wirksam U-Einwaltungsverletzungen zu bekämpfen. Das ist eigentlich der Schlüsselsatz in ACTA. Und wenn man ACTA rein juristisch liest, dann stellt man fest, passiert ja nicht so viel. Wenn man ACTA aber politisch liest, dann ist das der Schlüsselsatz, weil er führt zu einer gefährlichen Tendenz, die wir ablehnen, nämlich die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Wenn Grundrechte auf einmal von Unternehmen gemanagt werden, ohne dass der Rechtsstaat da eine große Rolle spielt. Wir kennen das aus der deutschen Debatte. Diese freundliche Frau hat das im Jahr 2009 schon gemacht. versucht, mit einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Probaldern und BKA eine freiwillige Kooperation einzuführen, um damals den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten zu blockieren. Daraus kam das Zugang-Zerstörungsgesetz, daraus kam die ganze Zensursoller-Debatte, die später zu einem Zensursoller-Debakel wurden. Aber quasi das war das erste Mal, dass dieser Weg tatsächlich in Deutschland beschritten werden sollte. Es gibt viele Beispiele, vor allen Dingen im Ausland, um zu zeigen, was daran schlecht ist. Es gibt erste Domain-Beschlagnahmungen von US-Gerichten, von US-Unternehmen gegen europäische Betreiber. Da ist nämlich die Situation zum Beispiel, dass Verizon, oder Verisign, Verisign glaube ich, besitzt sozusagen als US-Unternehmen die Zukunftsrechte auf .org, .net und .com-Domains. Ich habe Netzpolitik.org, wenn ich Pech habe, kann mir so ein US-Gericht einfach mal meinen Blog wegnehmen, wenn sie halt der Meinung sind, ich könnte URL-Rechts-Verletzungen drauf haben. Also diese Beispiele gab es schon. In Irland hat der Provider IACOM ein freiwilliges Street-Strike-System eingeführt. Also die schicken freiwillig Warnmodelle und kappen dann den Internetzugang. Etwas, was auch Rechteinhaber in Deutschland favorisiert, dass halt doch unsere deutschen Provider bitteschön freiwillig Warnmodelle verschicken, Warnbriefe verschicken und dann vielleicht auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach mal die Verträge kündigen. Da bräuchte man nämlich kein Gesetz für, was vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern könnte. Das Lustige, also der Fun-Fact hier dran ist, IACOM ist pleite. Also man kann auch genau sagen, Provider, die Street-Strikes einführen, schießen sich selbst ins Knie. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber das ist halt der lustige Fun-Fact. In England haben wir eine andere Tendenz. England ist eh ganz böse. Also in England haben wir Provider, die in Echtzeit im Datenverkehr reinschauen, um nachzuschauen, ob es da Urheberrechtsverletzungen gibt. Dann haben wir die Situation, dass fast alle Provider in Großbritannien sich mit der Internet-Watch-Foundation kooperieren. Die schickt Blocking-Listen an die Provider, die die einfach so einbauen. Da gab es mal so die lustige Story, dass auf einmal die Wikipedia gesperrt war, weil es ein Scorpions-Album-Titel aus den 70er Jahren gab, wo irgendwie eine 14-Jährige leicht begleitet abgebildet war. Und naja, da gab es ein bisschen Overblocking und auf einmal die Wikipedia weg. Hier bei der Internet-Watch-Foundation haben wir so aktuelle Entwicklungen. Bei so ein bisschen Overblocking ist dann auf einmal der Zugang zu La Quadratür du Net gesperrt oder zu Tor-Project oder anderen Webseiten, die jetzt nicht unbedingt den Ruf haben, schädliche Inhalte zu verbreiten. Also je nachdem, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Auf jeden Fall führt so eine Privatisierung der Durchsetzung von Urheberrechten zu unkontrollierbaren, grundrechtseinschreckenden Situationen. Wir haben ein 40-seitiges Papier, einen Schattenbericht online gestellt vor ein paar Monaten, nämlich als Herr Otto eine Studie vorstellte. Herr Otto ist nicht von der GEMA, auch wenn das so aussieht. Herr Otto ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, FDP-Mitglied, doch. und bringt im Wirtschaftsministerium seit der Machtübernahme 2009 einen Wirtschaftsdialog oder koordiniert einen Wirtschaftsdialog, wo Provider und Rechteinhaber zusammen eingesperrt werden, in der Hoffnung, dass sie sich mal irgendwann einigen und eine Privatisierung der Rechtssitzung durchführen. Da gibt es dann so Ideen wie, man könnte ja mal ein Two-Stypes-Warnmodell einführen, was Herr Otto präferiert. Sie haben da eine Studie in Auftrag gegeben, die überraschend dabei festgestellt hat, dass man ein Two-Stypes-Warnmodell einführen sollte. War vollkommen unerwartet bei dem beauftragten Professor, der das vorher auch schon gefordert hatte. Wir haben in der Gebrauchsinformation mal detailliert aufgeschrieben, was daran schlecht ist. Mittlerweile gibt es auch so Papiere beziehungsweise Informationen, was da noch die Forderungen der Rechteinhaber sind. Also Werbendienstleister sollen halt bei Download-Plattformen oder diesen Cyberlocker, wenn sie alle heißen, Plattformen ihre Werbung einstellen. Vorratsdatenspeicherung soll freilich einfach mal ausgebaut werden, damit man halt das Auskunftsersuchen länger stellen kann. Dann möchte man noch mehr Rechte zur Beauskunftung haben, um halt von Internetnutzern auch mal nicht nur die Adresse rauszubekommen, sondern auch die Bankdaten und so weiter, also von den Providern. Da gibt es halt so einige Fragestellungen grundrechtlicher Natur, ob man das überhaupt machen sollte. Naja, das gilt jetzt alles zu verhindern auf deutscher Ebene, aber wie geht es jetzt weiter bei ACTA? ACTA war kein Thema bis Mitte Januar. Dann war Wikipedia weg. Dann fingen die Polen an, rumzuhüpfen. Ihr kennt das vielleicht aus den Medien. So hüpfende Polen jeden Abend, die in ACTA demonstrieren. Unsere polnischen Aktivistenfreunde waren auch ein bisschen verwundert, wo die alle herkommen. Das war so eine Gemengenlage aus, naja, irgendwie haben die auch alle aus der Zeit überlesen, dass da die Wikipedia geblockt werden soll, haben das Ganze als Eingriff in ihre natürliche Medienwelt empfunden. Dann hat die Opposition das Ganze noch ausgenutzt, um halt gegen die Regierung zu bashen. Dann gab es so eine Gemengenlage aus Anti-Amerikanismus, gegen die Regierung, irgendwie für freies Internet. Und das brachte halt so tausende hüpfende Polen die ganze Zeit auf die Straße. Das hat dann wiederum irgendwie deutsche Medien fasziniert. Und in Deutschland gab es dann auch die Idee, einen Aktionstag zu machen, der wurde dann europaweit, da haben wir 11 Februar organisiert. Und auf einmal gab es dann in 200 Städten in ganz Europa, Demonstrationen. Wir haben die hier in Berlin mit organisiert, hatten halt so einen Haufen Schilder gemalt, die auch ganz gut rumgingen, so in verschiedenen Medien. Und das Überraschende an diesen Demonstrationen war, wir haben zum Beispiel in Berlin 600 Menschen angemeldet. Es kamen dann 10.000, die Polizei war ein bisschen überfordert, aber wir konnten es ja auch nicht ändern. Also wir hätten ja gern von 10.000 geträumt vorher, aber wir wollten aber realistisch sein. Und wir dachten halt, na gut, 600, wenn es gut geht, dann kommen die auch, weil es war minus 10 Grad. Aber diese Demonstrationen haben eigentlich alles verändert. Andreas Müller von uns hat so ein kleines Video gedreht zu diesen ganzen Entwicklungen. Das war's. Winter's calling me underground where it's warm Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 was nach dem Prinzip Bürger2Politiker läuft, online gestellt. Immer so lustige kleine Banner, kann man in sein eigenes Blog einbinden. Man kann auch mitmachen. Dieses Tool zeigt halt mal kurz zusammengefasst Kritik an ACTA und lädt dann dazu ein, Politiker zu kontaktieren. Wir haben die Politiker eingeordnet nach Zustimmung zu ACTA. Wackelkandidaten unbekannt. Also es gibt halt Abgeordnete, die reagieren gar nicht auf Bürgeranfragen. Silvana Koch-Merin zum Beispiel hat noch nie irgendeine Mail beantwortet. Die steht da halt unter unbekannt Wackelkandidaten. Und es gibt halt welche, die klar sagen, sie lehnen es ab. Und wir sammeln halt quasi, also die Idee ist, ihr schreibt oder ruft an oder schickt einen Fax oder einen Brief, kontaktiert einen Politiker, eine Politikerin, fragt nach der Meinung zu ACTA, kriegt eine Antwort zurück, schickt die uns und wir sortieren die halt ein. Naja, Befürworter, Gegner. Dann gibt es halt diese Wackelkandidaten, sehr gerne aus der SPD kommt, die halt irgendwie so formulieren, dass es klingt, dass sie ablehnen, aber wenn man Politikerdeutsch versteht, dann weiß man, die sagen eigentlich überhaupt nichts, aber das auf Viertelzeiten oder so weiter. Sie wollen sich ja nicht festlegen, aber das bilden wir halt alles ab. Man klickt dann auf so einen Namen drauf und sieht dann Kontaktadressen und was die einzelne Meinung ist. Das Lustige ist, oder sagen wir mal, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Mithilfe, weil das ist alles größtenteils der Stand von vor ein bis zwei Monaten. Wir gehen davon aus, und auch in Gesprächen mit vielen Europaabgeordneten, auch so aus Lagern, konservativen Lagern und so weiter, hören wir immer wieder, dass sie mittlerweile ihre Meinung so ein bisschen am Ändern sind. Wir brauchen halt aktualisierte Meinungen. Könnte zum Beispiel sein, dass Herr Kaspari, der für die CSU, CDU, federführend ACTA betreut von deutscher Seite mittlerweile der Meinung ist, dass ACTA keine gute Idee ist, aber wir haben diese Information noch nicht. Also, wenn ihr Abgeordnete kontaktiert, dann konzentriert euch auf diejenigen, die Zustimmung geäußert haben oder Wackelkandidaten sind und meldet uns das Ergebnis. Wir haben weitere Informationen auf unserer Webseite zusammengestellt, ganz viele weitergehende Infos zu FAQs, zu Hintergrundinformationen, zu allen Argumenten und Gegenargumenten rund um ACTA. Das Ziel ist, dass das Urheberrecht endlich mal reformiert wird und nicht wie mit ACTA weiter zementiert wird. und das war jetzt mal so ein kurzer Überblick zu ACTA. Gut, 15 Minuten, genau in der Zeit. Applaus